Hey sehr und konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit einer kleinen Ankündigung, beziehungsweise mit zwei kleinen Ankündigungen. Die erste betrifft mich eigentlich so gut wie gar nicht, aber ich habe mir gedacht, komm, mach's denn so. Ich seh dich, du scheiß Flieger, um dich kümmere ich mich gleich, Freundchen. Ja, ehrlich, hieß mir so eine Fliege, die zwei Zentimeter vom Auge plötzlich hergeflogen. Oh, habe ich einen Schock bekommen? Ja, es geht um etwas, was mich eigentlich so gut wie gar nicht betrifft. Und zwar ist es wieder auferstanden. Das Chaos, es ist wieder da. In Form von einem YouTube-Kanal mit dem Namen High Five United. Ja, diesen Kanal gibt es immer noch. Er war lange, lange Zeit tot. Ein halbes Jahr, über ein halbes, nee, doch ein halbes Jahr jetzt gut. Und früher bestand er aus VHawk-LP, Shansoman-16, Otze-Dotze, Akkus-LP und noch einen, das Name ich jetzt vergessen habe. Danach waren, von diesen fünf Leuten waren aber irgendwie nur VHawk und Shansoman wirklich aktiv. Und nun wurde er durch das neue Mitglied Mr. Möhr wieder zum Leben erweckt, so ich das verstanden habe. Nun sind diese drei Personen, Shansoman, VHawk-LP und Mr. Möhr, dabei, diesen Channel auf eine neue Art und Weise wieder neu auferleben zu lassen. Natürlich wird es auch weiterhin gemeinsame Projekte darauf geben, als auch Projekte, die die drei jeweils ein... Einzahl... Alleine machen. Einzahl und Mehrzahl. Wer was für ein Projekt macht, ganz einfach, das erkennt man daran an den Titeln. Zum Beispiel Shansoman-16 spielt jetzt... Keine Ahnung. Denkt euch hier einen Titel aus, was der spielen könnte. Ja, und der ist ja, der Kanal, der ist ja jetzt mit eben nur diesen dreien. Leider ist jetzt der Wortwitz von High Five mit der Five und raus. Da ist ja keine fünf, sondern drei nur noch sind. Aber lasst uns einfach mal schauen, was daraus so wird. Also ich bin gespannt. Hoffe, dass es nicht wie das letzte Mal, also in dem ursprünglichen High Five Kanal, so in den Sand gesetzt wird. Hat auf jeden Fall Potenzial. Ich mag die Idee persönlich sehr. Hast du gut gemacht, Mr. Möhr. Hast du wirklich fein gemacht, bekommst du einen Keks von mir. Wenn ich einen haben will. Na, egal. Die zweite Sache ist folgende. Und zwar habe ich mir gedacht, okay, nächsten Sonntag, das müsste der 22.2. sein. Keine Ahnung, toll. Jetzt muss ich doch nachgucken. Ähm, nein, heute ist der 22. was? Na, ich denn da? Der 24.2.2013 habe ich mir gedacht, mache ich doch mal einen kleinen Livestream. So wie ich das in den An-Info- und Umfrage-Video angefragt habe, ob ihr da Lust drauf habt. Und da haben sich ein paar Leute gemeldet, ja, mach das, mach das, mach das, mach das Livestream. Ja, und da habe ich mir jetzt gedacht, gut. Machst du das also nächsten Sonntag, den 24.2013. Jetzt wurde ich von zwei Sekunden nachgeguckt und schon wieder vergessen. Und ich bin schrecklich. Den 24. zumuten. Ich würde einfach mal sagen, so gegen 19 Uhr beginnt das Ganze und endet um 21 Uhr. Spielen werde ich Final Fantasy IX, wie ich es auch schon angekündigt habe. Ich spiele dieses Spiel übrigens nicht blind, ich kenne es. Ich habe es x-mal durchgespielt. Ja, das waren eigentlich schon die ganzen Sachen, die ich hier sagen wollte. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Spaß. Oder beziehungsweise was meine ich mit habt Spaß. Ihr freut euch auf den Stream. Also ich würde mir wünschen, wenn es wirklich einige Leute gibt, die dann da einschalten und sagen, Yay, wir wollen zugucken. Und ich werde auch wieder den IST-Chat benutzen, den ich hier erstellt habe. Den Link zu beiden Sachen findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung. Oder auch im Forum. Na gut, da findet ihr nur den Link zum Twitch-Stream. Aber egal. Ich packe die drei Links einfach mal, ne, die vier Links sind es, ja, in die Videobeschreibung. Und dann würde ich einfach mal sagen, das war euer Kian. Der hofft, dass am Sonntag um 19 Uhr bis 21 Uhr einige Leute da sind und mich auf der Öre. Reise durch die Welt von Final Fantasy 9 begleiten werden. Ciao.